Bei einer Demo am Karlsplatz haben hunderte Menschen gegen die Zusammenarbeit von Schwarz mit Blau in Niederösterreich demonstriert, unter ihnen Künstler und Politiker. Geplant war die Demo schon länger zum Thema menschliche Asylpolitik, wie Franz Dürnsteiner berichtet. 18. März, Tag gegen Rassismus. Aufgerufen zu der Kundgebung hat eine Plattform zivilgesellschaftlicher Organisationen. Gemeinsam mit Linken, Grünen und Gewerkschaftsgruppen fordern die Kundgebungsteilnehmer eine menschliche Asylpolitik, wie sie sagen. Schon wieder werden Menschengruppen in Österreich abgewertet. Schon wieder werden die Menschenrechte infrage gestellt. Schon wieder wollen sie Menschen das Recht auf Asyl verwehren. Im Mittelpunkt der Wortmeldungen steht der schwarz-blaue Pakt, der gestern in St. Pölten geschlossen wurde. Schon wieder sitzt eine Partei in einer Regierung, deren Proponenten den Holocaust leugnen. Fragen Sie sich, ob Sie wirklich Funktionäre an den Schaltstellen haben möchten, die ihr ganz persönliches Leben bestimmen werden und die mit dem Hitlergruß kein Problem haben. Und ich frage mich, warum tut man nichts dagegen? Warum gehen nicht bei allen die Alarmgocken an? Denn wer jetzt schläft, der wird vielleicht morgen in einem völlig anderen Österreich aufwachen. Immer dann, wenn Schutzsuchende diffamiert werden, immer wenn die rohe Bürgerlichkeit der ÖVP oder der pure Rassismus einer extrem rechten FPÖ seine Fratze zeigt, immer dann stellen wir dem unser schönstes Gesicht entgegen. Es ist ein solidarisches und menschliches Gesicht. Die Demonstranten hoffen, dass die ÖVP Niederösterreich ihre Entscheidung, mit der FPÖ in eine Koalition zu treten, noch einmal überdenkt.